Ja, es ist ganz einfach zu erzählen, wo die Siebenbürger Sachsen herkommen. Sie kommen nämlich aus dem Moselgebiet und Luxemburg. Und der ungarische König, Giza war das, der hat ihnen also optimale Bedingungen im sogenannten Königsboden, weil das war sein Besitz, damals hieß es noch nicht Siebenbürgen, sondern Transsilvanien, also die Gegend hinter den Wäldern, hat er ihnen zugewiesen. Und sie haben sich dann aufgemacht, es haben etwa zwei Jahre gebraucht, bis sie dann in Siebenbürgen angekommen sind, das war im Mittelalter, und haben dort eigentlich ein geschlossenes Siedlungsgebiet aufgebaut bis 1945 auf alle Fälle. Sie kommen also Siedeln an, sie haben eigentlich nur den König über sich und deshalb ist es eine bäuerliche Gesellschaft und deshalb richten sie auch ihre berühmten Kirchenburgen. Wir haben hier die größte Konzentration an Kirchenburgen in Europa, weil es eben so war, zum Beispiel im Vertrag von Sadma wurde festgelegt, wenn jetzt eine türkische Truppe von ein, zwei Tausend Mann und vier Kanonen kommt, ist das noch kein Krieg, aber man hätte die Dörfer natürlich dann trotzdem ausbluten lassen und so konnte man sich in den Kirchenburgen verschanzen, bis dann die großen Garnisonen von Kronstadt, von Fogarasch und so weiter ausgerückt werden und hätten diesem Grenzspuk der türkischen Paschaliks ein Ende bereitet. Es war zum Überleben und vor allen Dingen, um Saatgut zu haben, um wieder anfangen zu können, das war der Sinn dieser Kirchenburgen und hat natürlich die Gemeinschaft unglaublich konzentriert. Hat sich ja auch von den Ungarn und von den Rumänen unterschieden, dass man den Protestantismus als Konfession angenommen hat und so konnten die überleben, wenn man so will, wurden nicht assimiliert. Und wenn einer versucht hat, diese Gemeinschaft zu verlassen, dann wurde er also geächtet sozusagen, mit dem hat man dann nichts mehr zu tun haben wollen. Meistens ist es so, dass die nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen sind. Es war so, dass in Rumänien, wir haben ja den Zweiten Weltkrieg, hat jetzt für den Deutschen nur die Möglichkeit bestanden, entweder in der rumänischen Armee Dienst zu tun. Die deutsche Wehrmacht durfte nicht im Ausland rekrutieren, aber die Waffen-SS. Und so sind viele Siebenbürger Sachsen zur Waffen-SS gegangen und nach der Niederlage der Deutschen wurde ja die SS zu einer verbrecherischen Organisation erklärt. Sie konnten nicht mehr zurückkehren und mussten von dem her also in der Bundesrepublik bleiben und haben dann versucht, auch immer wieder ihre nächsten Verwandten sozusagen nachzuholen. Und der entscheidende Zusammenbruch kam dann mit der Ära Ceausescu, der ja sozusagen Freikaufprämien, also gegen Geld, die Ausreise der deutschen Minderheit erlaubt hat und dann nach seinem Tod, es ist ja dann praktisch die Freizügigkeit gegeben und der Pfarrer hat zu mir mal gesagt, Herr Siebenbürger, Pfarrer, es ist wie eine Seuche, die unser Volk erfasst hat. Die alle wollen sich gehen. Das sind dann auch wieder diese Schuldzuweisungen. Die einfachen Leute sagen ja, unsere Lehrer und unsere Pfarrer haben uns verlassen und die Pfarrer und die Lehrer sagen ja, unser Volk hat uns verlassen. Das hängt wahrscheinlich alles bei dem zusammen, also eine eindeutige Schuld. Nur wenn ich eine Minderheit habe, die ich immer wieder knechte und knechte, sie hat die Möglichkeit zu gehen, dann geht es ja auch. In unserem Landkreis sind sie vor allem in Scheinfeld und in Uffenheim. Das hat sich einfach so ergeben, wenn also irgendwo welche sind, dann ziehen sie ihre Leute nach und die siedeln dann auch wieder in der Nähe. Wie Sie in Bürgersachsen kann man sehr schön im Uffenheimer Heimatmuseum Exponate sehen aus ihrer Vergangenheit oder aus ihrer Geschichte der Volkskunst. Und sie sind heute noch recht eng miteinander in Kontakt. Es gibt zum Beispiel in Scheinfeld den Siebenbürger Ball, wo man immer wieder samminkommt. Oder wir hatten hier einen langen Zennermal, einen Viertor auch drinnen, einen Siebenbürger Metzger und da kamen sie von überall her angeströmt, um eben nun ihre Siebenbürgerwurstwaren, vor allen Dingen diese Chivachichi oder Smitsch, wie sie sagen, zu bekommen. Das ist sozusagen ein Kultessen dort. Man sieht es auch immer noch an ihrem Essen. Sie essen also sehr gern Paprika, würzen auch gern mit, oder arbeiten gern mit Maismehl. Sie haben also eine eigene Esskultur, die sich aus ihrer ursprünglichen Heimat her tradiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017